Hier werden Noppen. Nein, wie soll man sagen, hier werden Schlaufen angebaut. Auf ihnen gehen Diplomaten und wir. Und unten geht es die Schlaufe einmal senkrecht hoch, die Jugend, und biegt sich um und krümmt sich wieder in den Staub. Und jede Schlaufe führt zu einer neuen Schlaufe, an der man ziehen könnte, um die erste zu verkleinern. Und jede ist selbst ein Gemisch von Fäden, die schlängeln sich und eilen unaufhörlich, sich untereinander festigend in ihren Meinungen. Such ich von oben Muster in der öden Wust, kann ich nur streicheln, streicheln. Die Finger in das Kraulen, was dann nachgibt, meine Gedanken verwirrt und alle Tränen aufsaugt. Vielen Dank. Vielen Dank.